Zwölf Chancen im Jahr, 30 Tage zu wandeln, welche von vielen verschiedenen Geschichten handeln. Jeder einzelne Tag ist es wert, besonders zu werden, und jeder Moment ist ein kleines Wunder auf Erden. Egal ob allein oder zusammen, als Einzelner oder in Gruppen, ist dieser dabei, sich als Traum oder Albtraum zu entpuppen. Doch worum es geht, ist es etwas daraus zu machen, handeln, kreieren, verbessern und lachen. Denn jeder Tag, der vergeht, gilt nicht nur einem allein, sondern auch dem verbundenen, gemeinsamen Sein. Denn nur dann kann sich etwas verändern, und so ergänzen wir unsere Geschichten um die ihren Verlauf gebührenden Bänder. Denn viele verschiedene Welten treffen hier aufeinander und ergänzen sich aufgrund der Distanzen der anderen. Und so verläuft sich im Großen und Ganzen das gesamte Jahr durch die entstandenen Spuren jedes Menschen, der darin enthalten war. Und so verläuft sich im Großen und Ganzen.